Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Refuge. Ich habe uns hier hinten ein bisschen was aufgebaut, um die mal zu benutzen, die Furnace Generator. Einfach Kiste mit Kohle, wir haben sowieso genug davon. Und ja, dann wird es eben da reingepumpt. Es ist nicht sehr effektiv, aber darum geht es mir sowieso nie. Hier ist noch alles beim Alten. Wie sieht es eigentlich mit dem Sand aus? 67 Prozent. Okay, das läuft schon mal. Hier, Plastik ist hier durch. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit unseren Maschinen, damit wir das endlich hinter uns haben. Der Breeder ist als nächstes. Genau, Gold habe ich. Farbe dürfte, glaube ich, nicht so schwer sein. Gold, Redstone, okay. Hier sowieso. Zinn. Zinn müsste ich jetzt wieder haben. Gold, okay. Gold, die Nuggets nehme ich mit. Das hier. Zinn. Dann habe ich hier drei. Das ist Silber. Ich müsste eigentlich Zinn haben. Drinnen? Zinn? Irgendwo? Ich habe es... Wo habe ich es denn hingepackt? Silber, Led, Iron, Invar, Ferris. Okay. Oder habe ich es nur angepflanzt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Komm mal her. Wenn nicht, mach mal schnell eine Fuhre, damit wir wenigstens das fertig kriegen. Du bist Zinn. Salz, Zirtus, Zinn. Hier, ist er hier noch da. So. Das hier, ein Zinn noch vielleicht. Ups. Habe ich die Maus verzogen. Los, mach hin. 71. Ja, danke dir. So. Gut. Was reicht denn für das? Das kann alles wieder weg. So, dann gehen wir schnell hoch. Lassen es durchbrötzeln. Und dann können wir die Maschine machen. Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele, wa? Breeder. Veterinary. Auto Desenchanter. Und das war's denn. Das läuft automatisch. Da muss ich mir noch was überlegen. Da bin ich mir nicht so sicher, wie wir das machen. Du kannst raus übrigens. Geh mal bitte raus da. Du raus. Du raus. Das ist mir egal. Dann packe ich das erstmal da wieder rein. Das. Korbel eins nach oben. Du kommst hier rein. Die Kiste ist auch bald voll. Toll. Genau. Dann habe ich mir überlegt, dass wir einfach ein ME-System hier aufbauen. Also das bedeutet, dass da unten abbauen und hier abbauen. Dass ich dann einfach ein... Wie heißt das? Dings. Nicht... Heißt es? Heißt es auch Interface? Nee. Wie heißt es? Import. Import was? Ja? Genau. Einfach an eine Kiste da unten schmeiße, damit wir die Essenzen hier hochkriegen. Und dann irgendwie automatisieren. Das kriegen wir schon hin. Denke ich. Zinn brauche ich noch. Das ist Eisen. Da läuft es durch. Gibt es schon die erste Fuhre? Nein. Da ist er. Gut, mach du das. Ich packe das mal weg. So, dann können wir jetzt schon mal anfangen. Mit dem Breeder. Gold, Apfel, Karotten. Apfel müssten wir haben. Wenn nicht dann da oben. Also, Karotten haben wir. Hier ist ein Apfel. Perfekt. Was war das? Draußen gewittert. Also nicht. Wir haben es schon in Minecraft. Karotten. Da brauche ich gleich nochmal. Danke. So und so. Perfekt. Okay, goldener Apfel. Gin. Einer, danke. So, das haben wir. Plastik habe ich. Fast. Nehme ich erstmal die Hälfte. Wir brauchten für irgendwas noch Bars. So, Purple. Das ist eine Drum. Das ist nichts. Müssen wir einmal nach oben. Haben wir noch irgendwo? Irgendwo müssten wir doch Botanierpflanzen haben. Hier nicht. Hier. Purple zweimal. Das reicht. Okay. Und Stänzel haben wir nicht. Nee. Dann müssen wir uns den mal schnell machen. Hier ist nichts. Aus Holz. Aus Holz. Das hier. Eine Bowl habe ich da bestimmt noch irgendwo. Hier. Und einen Stick habe ich im Inventar. So. So. Und so irgendwie. Da. Genau. Das hier und das hier. Dankeschön. Komm her. Dann will ich mein Zinn haben. 16 Zinn. Super. Okay. Dann können wir das jetzt machen. Einmal durchcraften. Glas. Habe ich dabei. Danke. Okay. Das habe ich noch nicht. Okay. Das ist ein bisschen zu laut. Das hier habe ich auch noch nicht. So. Jetzt aber. Ganz genau. Den haben wir. Perfekt. Und dafür kriegen wir Pick One. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Ich nehme das. Und das ist eine. Greater. Mit drei Redstone. Viele Dank. Das kann gleich hier bleiben. Dann machen wir weiter mit unseren. Mit der Veterinary. W. T. Re. Genau. Hier verbraucht man das. Das meinte ich. Haben wir dafür genug? Spritzen. Einer. Warum? Deswegen? Okay. Hier habe ich nichts mehr. So. Wie mindest ich, ob das reichen wird? Nee. Doch reicht. Für zwei reicht es. Aber ich brauche sowieso trotzdem. Noch zwei. Eine. Nee. Hä? Ach. Vier. Verdammt. Dann reicht es doch nicht. Hm. Ich brauche eine. Also das. Und das kommt hier noch rein. Dann fehlt mir noch eins. Habe ich irgendwo bitte noch eins? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nope. Okay. Dann muss ich meine Gießkanne schnappen und das schnell besorgen. So. Wo wart ihr? Zinn. Elektrum. Fire. Nether. Diamond. Blaze. Glow. Zettos. Larkis. Wo ist das? Hier. Ihr seid ja auch nur zu zweit. Ähm. Da raus. Da raus. Habe ich meine Hoh dabei. Ja. Perfekt. Dann gib mir mal bitte das hier. Und das. So. Los geht's. Mach eine. 86. Du bist fertig. Einmal bitte hier rüber. Tschü-dünnen. Los. Danke. Ähm. Danke. Zwei. Toll. Da hatte ich aber noch zwei, glaube ich. Ne, vier sogar. Perfekt. Sechs habe ich jetzt. So. So. 29%. 57. 71. Mach eine. Los. Zwei noch bitte. Dankeschön. So. Das reicht jetzt erstmal für das. Hoffe ich. Ach ne. Äh. Das ist ein 9. 9er Feld. 3 mal 3. Jetzt. Okay. Dün-dün-dünn. So. Dann haben wir das. Und dann kriegen wir die Spritze schnell hin. So. Einmal durchbraten lassen. Perfekt. Danke. Ähm. Eins brauche ich noch. Also könnte das alles durch. Das reicht sogar schon. Fürs erste. Was ist das hier? Ne. Das sieht es auch so genau. So. Die letzte. Und. Den haben wir. Das haben wir. Kopper. Das ist ja mal was Neues. Das kann weg. Das auch. Ähm. Du kannst weg. Du kannst hier auch erstmal rein. Hier kommt hier rein. Kopper. Eins. Zwei. Ähm. Raus da bitte. Dankeschön. und. Und. Plastik. Hab ich doch. Achso. Muss ich reinlegen. So. Und. So. Und so. Ne. Mach jetzt. Und das hier. Perfekt. Was war das? Achso. Ähm. Dann haben wir es. Cool. Pick one. Aber damit kenne ich mich natürlich aus hier. Klingt immer gut. So. Disenchanter. Disenchanter. Das ist okay. Das ist okay. Das auch. Das auch. Zinn. Kriegen wir noch eins? Kriegen wir doch noch hin, oder? Ja. Zwei sogar. Perfekt. So. Ähm. Bücher. Hab ich da schon mal vorbereitet. Genau. Und. Was noch? Nether Brick. Müsste ich haben. Jo. Das haben wir zwei Diamanten. Die kann ich machen. Den hab ich schon. Das. Das. Und. Genau. Zwei Diamanten. Und dann hätten wir es eigentlich, oder? Das. Ähm. Das. Das. Nein. Wir haben kein Plastik. Äh. So. Hä? Mach jetzt. Du bist Ding. So. So. Ähm. Bücher. Und. Achso. Ja. Nether Brick. So. Dann haben wir den. Auch fertig. Inverse Sword oder Enchanted Book. Achso. Wir kriegen beides. Perfekt. SFM. War das schon die ganze Zeit im Internet? Ja. Wieso. Hab ich das hier drinnen? Please read. SFM. Okay. So. Das kann alles weg. Du bist eine Greater. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon bekommen haben. Oft. Oben sind doch bestimmt auch noch welche davon. So. Egal. Dann kann das erstmal weg. Gucken wir mal, was unser Sand macht. Ähm. Warte, 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 warte. Äh. 76. Okay. Äh. Kobbel haben wir. Dirty. Dirt. Dirty, dirt. Dirt meine ich. Äh. Thieves. Äh. Da seht ihr. Azio. Das kriegen wir hin. Ähm. Die machen wir schnell. Ähm. Und die, ähm. Züchte ich dann hoch. Auf 10, 10, 10. Damit wir, ähm. Das so schnell wie möglich hinkriegen. So. Azio. Azio. Gruzio. Azio. Azio. Kommt durch. Grün. Also. Gelb. Richtig? Ja. Perfekt. Ähm. Ähm. Minizio und. Ne. Das war Emerald. Minizio und. Vier mal Dirt. Hab ich nicht im Inventar. Hups. So. Da. 1, 2, 3, 4. Dann hier. Und dann haben wir die. Perfekt. So. Die pflanze ich dann mal gleich da an. Gib mir das. Ähm. Wo will ich es hin haben? Hier hin. Geh weg. Und so. Und auf, auf. Achso. Da. Hab ich alles aufgehoben. Hoffentlich. So. Du kannst unten in die Kiste. Also hier in die. Erstmal. Äh. In die. Fluix. Das merke ich mir bestimmt, dass das hier drin liegt. Ähm. Ähm. Dann gucken wir mal. Ähm. Storing. Genau. Da müssen wir warten. Ich stand relativ lange hier. Okay. Ähm. Wie heißt du? Wie heißt das Ding? Wie heißt das Ding? Ähm. Ähm. Heißt das nicht auch irgendwie? Warte mal. Pjör. Accelerators. Gross. Gross. Grot. Witt. Da seid ihr. Dein Ernst? Ihr habt einen Block. Den haben wir nicht mehr. Die Dinger haben wir. Ne. Ups. Die Kiste wollte ich gucken. Eins haben wir davon. Den Block haben wir nicht mehr. Kriegen wir auch nicht mehr hin. Okay. Dann muss ich das nochmal machen. So viele Maschinen. Äh. Ähm. Was ich doof finde. Also. Jetzt an dem Modpack. Oder an der Questreihe. Ist einfach, dass die einfach hier. Hier hinschreiben hätten können. Hinschreiben. Hätten hinschreiben können. Dass du. Keine Ahnung. Tausend Fleisch. Und tausend Äpfel. Weißt. Also. Ihr wisst was ich meine. Weil jetzt habe ich die Maschinen. Und ich brauche sie eigentlich nicht. Also. Ich könnte sie aufstellen. Und eine Kuhfarm machen. Und was auch immer. Aber warum. Warum. Ich meine. Okay. Es gibt auch andere Lösungen. Hierfür Sand. Ähm. Zu machen. Bestimmt hundertprozentig. Die ich nicht weiß. Aber. So geht's auch. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber. Weiß ich nicht. Wir verbringen sowieso. Also. Ich verbringe sowieso. Die meiste Zeit damit. Ähm. Ähm. Die. Die. Ähm. Sieht da unten. Hochzutreiben. Ihr seid voll. Du musst ja da nicht weiter. Ne. Bleibt denn drinnen. Okay. Ist ja super. Kein Stromverbrauch. Massig Strom. So. Ähm. Dann machen wir ein nächstes Mal. Beziehungsweise warte ich bis unsere Dinger hier. Bis das hier fertig ist. Dann machen wir weiter mit unserer ME-Quest. Genau. So. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns da. Bis dahin. Tschüss.